Wir haben den Skipper da hinten ein Dummy schon vor längerer Zeit hingelegt. Mal schauen, ob er das findet. Ja, er hat das. Das haben wir vor ca. 5 Minuten hingelegt. Super Gelände da. Sehr brav. Und jetzt ist ein zweites Dummy, das wir über den Fluss drüber geworfen haben. Da gibt es sich jetzt voll durch den Fluss. Ja, das liegt sehr schwierig, dieses Dummy. Aber er ist ein braver und ein braver Bursch. Da fahre ich mir ein gescheites Büscherl. Der wird das schon finden. Hat es schon in die Nasen gekriegt. Hat es schon in die Nasen gekriegt. Da hinter dem Busch ist er jetzt irgendwo. Hat es gefunden, jawohl. Und kommt zu uns herüber wieder. Perfekt gemacht. Ganz ein braver ist er. Darf er sich wieder nicht schütteln. Müssen wir wieder schauen. Sehr brav. Und jetzt darf es erst schütteln. Erst dann, wenn man es ihm sagt. Sehr gut.